In Notsituationen hängt die Sicherheit Ihrer Kunden von mehr als nur von Sicherheitsgurten und Airbags ab. Lernen Sie die unbesungenen Helden der Verkehrssicherheit kennen, die Stoßdämpfer und Federbeine des Fahrzeugs. Professionelle Sicherheitstests haben gezeigt, dass ein Fahrzeug mit verschlissenen Stoßdämpfern den Bremsweg bis zu 7,6 Meter verlängert. Das ist die Länge von mehr als einem Auto. Außerdem können verschlissene Stoßdämpfer den Bremsweg unvorhersehbar verlängern und zwar um die Länge eines Schwimmbeckens. In Notfällen kommt es auf jeden Meter an. Deshalb ist der rechtzeitige Austausch der Stoßdämpfer so wichtig. Die Tests zeigen auch, dass die Stabilität entscheidend ist. Verschlissene Stoßdämpfer erhöhen den Winkel um bis zu 4 Grad, was plötzliche Manöver riskanter macht. Stabilität bedeutet Sicherheit. Ein stabiles Fahrzeug gerät seltener ins Schleudern oder kippt um, sodass alle Insassen in Sicherheit sind. Wenn Sie die Stoßdämpfer und Federbeine Ihrer Kunden regelmäßig überprüfen und verschlissene Stoßdämpfer rechtzeitig austauschen, sorgen Sie für eine sicherere Fahrt Ihrer Kunden. Wenn es um Sicherheit geht, gibt es keinen Platz für Kompromisse. Ihre Reise zu sicheren und langlebigen Stoßdämpfern und Federbeinen beginnt mit Monroe. Stoßdämpfer